Musik Hier, wenn ich jetzt hinkomme, sehen Sie schon, Version Schöner. Ach, Schöner? Nee, Schöner. Ich dachte, Schöner. Ja, das sag ich ja, Schöner mit N wie Nudwig. Natürlich müsste ich mir vorher mal so eine Anstalt ankicken, nicht wahr? Damit ich dem Stadtrat darüber berichten kann. Ja, natürlich, natürlich. Pass auf. Du führst deinen Onkel heute Abend zu Schöner und sagst ihm, dass es sich um eine Soiree in einer privaten Heilenanstalt handelt. Ja, aber das geht doch nicht. Tisch, geht das? Sagst doch selber, dass dort lauter Spinner wohnen. Was das? Kaffee oder Tee? Nach was schmeckst du denn? Nach Janisch. Ja, dann ist es Kaffee. Der Tee schmeckt bei uns nach Kakao. Haben Sie sich denn noch nie gewünscht, im Hafen der Ehe zu landen? Nee, ich hab mich immer mit Hafenrundfahrten begüttet. Ich bin wohl ein Albtraum für Sie, was? Ja, ich wünschte, Sie wären einer, nicht? Dann würde ich aufwachen und weg wären Sie. Ladislas, ich gebe dir noch eine Chance, bitte. Sag die Wahrheit. Wer ist diese Frau? Eine Birne. Eine Birne? Eine Birne. Eine Birne, Mensch. Das ist nicht zum Essen, das ist was zum Vernaschen. Oh, ich hab einen so herrlichen Humor. Machen Sie keine Witze. Machen Sie bitte. Aplaudant. Vielen Dank.